So, moin Leute, heute mal der zweite Teil von meinem kleinen Let's Show. Heute zeige ich euch mal so ein bisschen den Rest von meiner Welt. Dazu starten wir jetzt einfach mal eine kleine Playlist. Vielleicht nicht unbedingt das Lied. So, ein bisschen Music und dann wandern wir einfach mal hierher. Hier oben ist so mein kleiner selbstgebauter Spawnpunkt. Kann man hier runterfallen, landet direkt in diesem Gebäude. Kann dann hier raus. Und hier seht ihr schon das Gebäude, was ich euch bereits gezeigt habe. Die Welt berührt sich gerade auf. Das schleift, das dauert schon ein Jahr lange. Da oben ist das kleine Baumhaus. Ja, Baumklotz kann man das auch nennen. Dann kann man hier so lang. Kleiner Wasserfall mit Höhle, ohne weiteren Nutzen. Dann ist hier das erste Haus, was ich jemals gebaut habe. Oh, ein Diamantspitzhacker ich auch noch. Schön, schön, schön. Vorratskiste. Nein. So. Aber die Melonen kann man da rein machen. Ja, das ist so mein erstes Häuschen. Hier geht's nach oben. Kleiner Schlafbereich. Pennen wir gleich mal direkt eine Runde. Einfach so schlafen. Hilft. Gegen alles. Hier oben ein kleiner Lagerraum, wo ich die Schilder schon mittlerweile wieder zum Teil ein bisschen abgebaut habe, weil mein Lager ja dann woanders war. Badezimmer, Badewanne. Hier geht's nach unten, direkt zur ersten Mine. Meine erste Mine, die ich sozusagen, äh, ich hab so lange nach unten gegraben, bis ich eine gefunden habe. Also, Höhle suchen ist ja langweilig. Ey. Ich komme mir jetzt nicht so. Ja. Dann geht's hier schön nach unten. Und dann haben wir hier unsere Höhle. Hier war mal alles voll mit Obsidian. Das habe ich alles irgendwie abgebaut. Oder... Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was ich hier gemacht habe. Das ist schon so lange her. Deswegen wollen wir hier gar nicht so lange bleiben. Fahren einfach mal wieder nach oben. Wenn mir jetzt dieses Huhn nochmal nie quer kommt, dann gibt's hier Rischich. Und so. Kloppe. Ach, verfehlt. Hat's Glück gehabt nochmal. Und das jetzt hier. Näää. Nein. Hey, ich will mir. Was sieht mit dem Heu-Clip aus? Sind hier die normalen Schienen? Warte. Schienen? Oh nein. So. Mama ist ganz halt wieder so. Wie die man auch. Hier haben wir mein zweites Gebäude, das sah viel epischer aus als Honeyball noch in den Texturen das andere Holz verwendet hat, an sich wirklich schönes Texturenpack was er immer rausbringt, aber das Holz ist im Vergleich zu dem alten Holz einfach kacke. Jetzt hier nach oben, wieder runter und nochmal runter, Küche, Keller, hier ist dann das erste Lagerhaus gewesen was ich gebaut habe, die Kisten sind aber glaube ich leer in einer ist alles voll mit Erde und dann geht es hier weiter in die Mine in der wir gerade runter gefahren sind. Hier ein kleiner Raum zu meinen Chanten, ein paar Vertaubern, kleine Gefängnisse und dann geht es hier nach oben. Kommt man hier direkt zur Hühner, Eier, Farm, whatever. Hier noch ein drittes Haus. Da gibt es eine lustige Geschichte zu. Ich habe dieses Haus gebaut und dachte, ist langweilig, wechselst du mal in Creative Mode und setzt ein paar Dorfbewohner. Kaum waren die Dorfbewohner hier drin, ich weiß nicht was die gemacht haben, mir ist das ganze Haus abgefackelt. Wie ihr seht hier ist nirgendwo Feuer. Gar nichts, nichts. Kein Lava, gar nichts. Wie auch immer die das geschafft haben. Respekt für Scheiß. Hier ist der Bahnhof, der führt dann unten in dem Häuschen unten in den Kellerbereich. Den habt ihr ja schon gesehen in der letzten Folge. Hier geht es dann weiter zum Baumhaus, auf dem man aber nur über die Schienen dorthin kommt. Hier ein kleines Dorf, was ich nicht gebaut habe. Das war schon da. Da haben wir mal einen kleinen Ruckler gehabt. So, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Oder ich würde sagen, wir machen das anders. Wir gehen mal direkt zum Bahnhof. Dann fliegen wir hin. Ja, okay. So, jetzt erstmal zum Bahnhof hin. Ich verlaufe mich in meinem eigenen Haus. So, wir müssen ganz hoch. Na man, schon den guten alten Bahnhof. So, dann gehen wir uns direkt mal zum Baumhaus. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Da oben ist der Spawner. Also mein Spawner. Da wo ich spawne. Oder ihr. Oder wer auch immer auf dieser Map gerade spielt. Das Gebäude da hinten ist einfach zu ignorieren. Das sollte man eine Villa darstellen. Sieht jetzt eigentlich aus wie ein Klotz. Aber ein Fernseher ist drin. Das ist ja Hauptsache. Fernseher ist wichtig. Alle Anfang ist schwer. Ich meine, jeder baut am Anfang in Minecraft total komische Gebäude, die eigentlich total kacke aussehen. Ja. Hier ist das Baumhaus. Nichts wirklich dran gemacht. Einfach nur hingestellt. So experimentell. Und dann hier ist der Balkon. Dort hinten baut sich gerade das Hotel auf, zu dem wir gleich hinfahren. Da gehört das Gebäude noch dazu. Also bzw. ich habe die beiden versucht so ein bisschen miteinander zu verbinden. Das ist mein letztes Bauprojekt. So. Dann geht es hier weiter nach unten. Und dann fahren wir wieder zurück. Musik 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 Draußen gewittert es bei mir wie Sau ey, krass, wenn sich das anhört, kann man nicht mal nur aufnehmen, nix kann man, nix, dann gehen wir jetzt runter in die Underworld. Wir sind hier dann noch kurz vorm Bedrock, überall weitläufige Gänge, da gibt es alles Kohle, Redstone, noch mehr Kohle, noch mehr Redstone, Achtung, Diamanten gibt es hier natürlich auch und zwar richtig viele, hier muss ich euch vorwarnen, man kann sich hier unten extrem verlaufen, aber sowas für extrem, hier ist nicht alles ausgeleuchtet, mit Absicht, damit ihr euren Spaß daran habt, also nicht wundern, wenn ihr Diamanten abbauen wollt, könnt ihr auch mal damit rechnen, dass ein Creeper kuscheln kommt, aber es gibt ja bestimmt welche unter euch, die das mögen. Das ist ein Minecraft, das ist bestimmt noch ein Hotel, egal, da fahren wir jetzt hin. Da kann man übrigens auch nach oben, mit Aussichtsplattformen, da seht ihr die Tür, dann geht es dann nach oben. So und dann geht es hier zum Hotel. Hier ein kleiner Tanzsaal, wie auch immer man das gerne nennen möchte, hier gibt es noch draußen, kleiner Ausgang, auch nochmal ein kleiner Ausgang, Treppe nach oben. Hier haben wir auch mal das Hotel. Rezeption, S-Ecke oder S-Bereich, hier ein Zimmer, hier ein Ausgang, Toiletten, ja, so Toiletten gehört, hört immer epische Musik und draußen gewittert. Oh, also das Hotel ist, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 immer noch mehr zimmer also hier das hotel hat glaube ich 20 zimmer insgesamt also 19 zimmer und das zwanzigste zimmer ist die honeymoon ist das penthouse honeymoon suite haben wir aber auch und zwar hier wir sind in der nähe alter zum penthouse kommt man dann über die oberetage hier bei den zimmern dann kommt man hier hoch ist auch alles schön ausgeschildert das hotel ist ein bisschen verwinkelt aber es ist halt ausgeschildert man kann nichts verfehlen hier küche, sitzecke, toilette, kleiderschränke, betten, jetzt schlafen wir aber und ein pool natürlich der darf nicht hin nirgendswo jeder sollte einen pool haben und dann geht es wieder runter